so war die nebenkristi alle annehmen oder muss noch mal machen ich kann euch helfen ganz toll zu gelangen und das für einen fremden anscheinend erstrahlt das licht noch immer ich bin riesen fan von schreck wenn ich nicht auf die güte eines fremden angewiesen wäre wenn die kreuzritter der zuckerung noch etwas kampfes willen hätten seit vorsichtig zu mir ist es gibt eine brücke die zum sumpfgebiet führt wir treffen uns dort ich muss mich vorbereiten ich kann euch nicht genug dafür danken fremder mein aufrichtigster dank ok ich dachte dass der typ hier macht ein selfie von sich also seine laterne vor sich zu reiten und jetzt noch kurzen selfie ist klar heute was geht ab wie sollen wir leise die aneignen krist und der war wie gesagt hier nehmen wir auch schon mal keine sorge wir müssen seine sterblichkeit durchbrechen er darf sich seinem urteil nicht länger entziehen ja und ohne elias haben wir vielleicht wir machen wir machen seine respawn punkt kaputt sie ist mit der kraft des sumpfes einen handel eingegangen und hat ein langes leben erhalten sie hat vielleicht das wissen wir müssen also so zum sumpf ein quest und ich fangen an nach ihr zu suchen er hat mit dem seelenstein alle hände voll zu tun eine schwere bürde wenn man sie allein tragen muss es wäre vielleicht klug ihm helfe anzubieten sag ich doch eine zwingen wir draußen gegen monster kämpfen und so und eins ist ein schönen stein herzustehen jetzt definitiv schwieriger als hier also erwarten wir ja noch was ist nochmal wo man seine oberliste ausgehen kann da kuriositäten was er durch besorgt dann da draußen ist irgendwas böses am töten würde die er bitte nach überlebenden in der nähe der alten ruinen im nordosten suchen er hat zweifelt keine sorge ich werde dem nachgehen es sind experten wenn es darum geht böse zu sein ich meine mit bösen zu arbeiten ich meine mit bösen böse ja was mit dir erwartet man das biert mal ganz so mehr schüsse ich habe gar keine dinger nur 13 dinge ich habe auch keine ich habe nur wenige weniger ja ich glaube die kriegt man durch diese ganzen diese zufalls wenn sie immer treffen mit diesen orangen kreisen und so würde griff wenn ich dir etwas das licht kann euch gebrauchen wir marschieren zur rettung unserer brüder und schwestern die den schändlichen kultisten zum opfer gefallen sind die den östlichen ruinen lauern normalerweise würden wir keine söldner anheuern aber ich habe geschworen jede hilfe zu schicken die ich finden kann was meint ihr wollt ihr mit uns siegen ausgezeichnet wird euch nicht vergessen kreuzritter wie rollt in den östlichen mohren hat die befehle für euch soll so ein bisschen in der nähe so praktisch haben wir alles daneben question als ob die hauptköste hier zwei von diesen dingern dafür den okkultisten akurität nennen wir mal nicht zwei schlüssel war ja ich bin ja er wird das zeug da von dem typen habe ich zwei oder zwei oberste ja die satten mitleid mit der unterschicht gehen wir zum sumpf denke nicht ich muss mich um den seelenstein kümmern nur rad kommt alleine zurecht nordöstlich von hier ist eine zöcke herumfestung den alleine gelassen haben war der betrunken bei den schweinen ja vielleicht können wir das nutzen um den seelenstein vorzubereiten damit er kann ich könnte eure unterstützung gebrauchen wenn ihr das vermögt das ist wenn wir es nicht vermögen so ich habe gelesen der geile weg dann der geteilte weg nein ich wollte mich nicht hier ist nichts geil in diesem spiel wenn wir mich in der welt mal auf um abenteuer zu erleben in dem land dahinten was wir noch nicht entdeckt haben meine nähe sind dort der quest genau wie man fährt dann geht er ja viel schneller so vielleicht mal irgendeine kwestie aktivieren dir die kätzerin wird in dem verlassen ruinen nach überlebenden ich kann sagen hast du schon wieder irgendeine quest die ich nicht habe ich muss warten kommen da die ganze geld her ich habe mich nicht vorbeigelassen und sich die kaputte hauen also ein paar fliegen erlebe ich da kommt so eine riesige blut blutspritze immer neuer gegner dann fahren da wird ja aber der hat gar kein gefähr er sind sie tote retter ich bin sicher noch zeug sein auf sie etwa durch den laufen sie etwa durch den fluss dann warten muss ich mal gucken wenn ich hier so wenn ich hier gegen so fliegen kämpfe der mann dann hat sie eine menge blut in sich irgendwie wie viel naja genau unsere so kommen wir euch voll vergessen nicht wie sie gegner an nur alter obel ist er stelle ich da rein dann hervor und dann noch sättige die platten bevor ich habe mit nur er entstehen jeder balken in die droben stelle ich in den kreis des todes ich habe nicht genug vorbeigelassen ich habe nicht genug vorbeigelassen ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit der eine ist fertig bei mir ich gehe mal in den anderen ich bin auch hier rein stufe 52 terror kolben wo war ich denn wo wollte ich mir zu langen hier langen ich glaube hier langen da muss ich einmal intelligenz holen ich gar nicht geschicklichkeit klingt auch besser so schweige nämlich intelligenz nehmen ja mal ein paar überleben auftauchen ich brauche zeit um das zu tun und raus wir sind gute leute ich bin noch nicht bereit ich brauche mehr gut okay das mädchen zu hören ist nicht gut aber wir kommen näher an der quest glaube ich so hat gemacht gerade ich habe gar nichts gemacht irgendwie ist jetzt weg gegangen okay spricht mit den vergängstigten mädchen mädchen sein wie ein bisschen alt aus hier spricht der experte wir sind die da hinten ich habe gar nicht gefunden ich tue euch nichts ich werde jeden fall war tun ich bin ein wesen ich werde euch nach hause bringen haltet euch an meiner axt fest zweideutig gemeint oder ernst wieso hat er ihnen gesagt nein du wo du gesagt hast haltet euch an meiner axt fest war das jetzt zweideutig gemeint oder nach einer arzt bei meiner ich war meine axt also deine axt da also am sichersten sterben naja die macht sich gut im garten eingehende pflanze was willst du denn für ein todes schrauß dagegen und auch ein strauß schweine keine angst sind alles verweckte dann scheiße die doch nicht haben da gibt es ja noch nicht besser von der stirbt sie sofort stufe 27 von der saison 1 wir haben hier keinen sind erstellig ich brauche zeit um das zu tun mit einem gefunden mal nehmen was man kriegen kann wo ist die letzte so hast du denn schon so viele also ich denke sind nur drei ich habe nur zwei ich würde gerade sagen ich finde die letzte nicht der vier ziegen stärkt mit den letzten blumen ist zu tun ich auch nicht es ist in dieser leiche drin versenktes gänseblümchen ich bin so dankbar dass ihr mich gefunden habt gehen wir zu meiner mutter zurück bevor es zu spät wird naja mädchen du kommst erstmal mit wir haben ja noch sachen zu erledigen zum beispiel das relikt des glaubens mit deiner mutter bestimmt auch gefallen ja so drei blumen sollen mittendrin ist also ein totenkopf drin ja so einen totenkopf und in den augenlöchern sind die blumen drin nicht überraschen die hat auch ein pferd was da ist es so weg die tante hat auch ein pferd heutzutage hat wohl jeder ein pferd ja wir wollen sie das volangen der hat ich habe immer aber wir haben individuelle angriff verwenden ja das irgendwie anders an nur so ein zwei jahr angefangen wie ja aber mir kommt so komische stacheln auf dem boden oder so weiter nicht oder ich schieß mit knochen ich weiß nicht was das manöver ist doch planning glaube ich das kollege reichen wir auch okay meine freundin hat mir von einer abkürzung erzählt eine beschädigte brücke aber man kann sie nach überall x richtung sind auch sogar auf dem weg los noch längst die eine tante darf geben noch machen wir sollen nur immer erst hier die dinge gehen wir ja auf einmal ab im letzten mal ja ich dachte du hast dich schon irgendwo abgegeben und ich habe dann wieder nicht mitgekürzten wenn man das war ja alle sachen auf dem weg und dann wir haben mal er ein braunberg ich bin noch nicht bereit na findet die zerstörte brücke gefunden muss die besucht da so ein roh ist etwa ein gemein und toten ich habe gesagt die musik ist gerade ein bisschen heroisch ich meine die kannte da nicht also sie hat gesagt ihr wimmelt erst von uns roten ich muss warten also für die zeit um das geht mir den grünen stoff ja jetzt auch mal oberste bekommen warum ist eine quiz ok geht es euch gut ich war auf dem weg zum bauernhaus meine wir sind über spinn ich habe nichts von normaler sich angreifen vor zehn jahren weg geschickt haben ich brauche nur ein paar antworten würdet ihr mich begleiten ich glaube es wäre nicht besonders klug allein durch die sünfe zu reisen ich glaube ich habe okay also ich bin gern hat er nämlich mal an so oder meiner war war angeregt gestorben ja ich muss ja still stehen aber mehr schade zu machen hier sind ja überall diese orangenen dinger aus dem weg aus dem weg findet die kreuzritter rüstung habe ich natürlich wieder so ein gewendet dingen was hat denn er ist für ein anderer spieler ok ich bin ich glaube ich habe schon wieder bei dir ich glaube ich bin ich bin bei dir du ab und so eine todschlange hier ist ein boss wir haben die meisterschaft nachgeschafft ja was bedeutet das können wir wahrscheinlich bessere belohnung ich habe nur goldenen sachen bekommen das gott ist mein stand da kaputt gemacht aber gefunden quest mäßig freut mich daher ganz toll wo bist du genau das hatte ich befürchtet der abschaum in diesen ruinen dass ihre rüstung gestohlen haben wir müssten drinnen nach ihr suchen ich wusste dass sie es unmöglich geschafft haben kann ja ich glaube wir müssen links machen mit dungeon na gut aber auch schon lange meine glaube ich die hanschen zeit maugans werk ich habe die quest aktivieren die war haben mit sicherstellen können wir beide auf dem richtigen stand sind belegt das glich relikt des glaubens heißt ich habe würdige wir müssen in der rüstung finden und er wird immer gefangen hat und noch mal das ist nie kaputt sind wir kennen wir klären wir haben ihre richter getötet da ist ein schreck als retter da ist ein schreck als retter au mich nicht nein ich habe alles verfehlt nein ich habe alles verfehlt nein 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 so kann ich mal in meiner holster schmerz abgehen das spricht wie ein wahrer frau ich glaube ich habe irgendwann aktiviert und mein da hört sich einer an der schon viele rollenspiele gespielt hat ich muss warten ich muss warten dann ich binsuper hallo ich bin ja natürlich hallo das genau gesehen fleisch alles das gegenteil zum fruchtler wir retten mich ja ich habe die seele von dem gerettet mal eine stelle da geschobst es ist eine gewesen aus wie so ein goal ermöglicht ja das war ein schwecknis wird er ich glaube wir sind zu stark als gesegnet aber zwei gefangene da unten im wald meiner angst hat da wir schon fast draußen hast du irgendwie diese lichtzeilen ja ich wüsste weil ich sehe ich sehe nicht mal irgendwelche neuen da draußen gefallen er hat mich umgebracht ich wollte eine heilung nehmen da wird auch irgendwie sind doppelgänger eben noch nicht bereit wir sehen uns auch ja ich kann den schubsen er macht irgendwie so ein doppelgänger weiter schuppte da verweg wenn wir angekettet sind ich bin noch nicht ja wenn man hinterlassen die sind abgeben würde ja wer seid ihr denn auch ja vielleicht kann ich auf diesen banditen noch eine halbwegs schlag machen man zumindest schlagkräftig genug um mir die flucht zu ermöglichen in die kirche uns findet die fehler hat der waffe oder ja ein rückenkratzer ist das bestimmt nicht er sieht aus wie ein speer ich habe gute sachen höher dass der satte was so ein schlüssel clever das spiel ist ich habe den schützlichen aufgaben ist dann ist ja wie in real life das ist ja wie in real life oh die sind riesig oh Gott ich freue mich mal ich glaube da will ich nicht stehen legendärer weinschutz hat der fall gelassen ist er besser als meiner länge ich habe ein besseres ob ich das schon wieder her habe ich nicht gerade legendärer sneaker gefunden ok und ist also müssen wir damit reden da wie gewöhnliches raubgut diese nahe und die behabe keine ahnung was sie da haben heute gebe ich tu mir es auf mit dieser rüstung trage ich von nun an auch den namen johanna san johanna ist ja nicht eine juli o karte ich habe keinen schaden gemacht schläftig und schlag ich werde ich hier oder ich wollte teleportieren was ich habe ihn noch nicht weil stacheln er wäre gleich alle blut kurzen so neben die stoffen einzuschießen wenn man auch hier möchte man mal konstatiert aber keine abgängtheit ich muss warten wer will noch schnuppern ich muss ich liebe es wenn einfach nur explosionen da sind und alle gegner sterben ich muss warten wir haben sich unterhalten hier macht uns nervös die stürme zu bleiben aber gegen die kämpfen haben wir diese unterhaltung irgendwie so bevor wir die erledigen die jahre survivor ja irgendwie schon da finde ich mal immer gut im spiel damals schon bei jenina zu gefallen sturmtobler damals irgendwie beobachtet und den gelaufen wie sich unterhalten haben ah da da die 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 ich bin es hat nicht eine währung in asterix ja ich war drei von den ovulus dieses wasser absolut nichts getroffen bin auch nicht bereit hat eine maus geführt ich bin noch nicht so dann können wir mal am ende dieser dann schnell sein die uns über geleitet hat mache ich die ganze bei uns noch nicht aus weil wir dann kreis gelaufen nicht schießen jemand hier kommt der boss oder so auch der skatte bei ok großinquisitor warum man dann weiter medikus wenn ich kann ja losgehen kommen dann bin ich dran sind auch einer muss man als inquisitor ich bin noch nicht ich bin hier geblendet ich bin hier ich bin hier ja jetzt wieder aufgestanden haben wir den mediker irgendwie als erstes gute idee und er steht glaube ich wieder auf der macht angriffe aus dem reich der toten okay in einer meile nicht wird schaden hat er gerade auf einmal genommen nur gesehen der medikus hat irgendwie seine lebensseite ist einfach voll schnell runter ich habe einen teuflischen schreckenskolben genommen so nenne ich meinen penis wir sind fertig oder stachelkeule nicht mal ich hab das gehört was ich jetzt mal nicht darüber zu das wechselwischen da hat man genau gehört ein kinderfreundliches programm spiel macht mir ein bisschen einfacher mit so einem namen wie schwengel und unser pferd dann kann man eigentlich auch hier kann man keine pferde weiten denn im ganzen da wäre ich ja nie darauf bekommen professor ich sagte mal dafür ist nicht der richtige zeitpunkt so oft mit dem typen geredet er sagt hat er nur weil er kein fahrrad fahren kann in seinem auch schon wieder jemanden mitten sondern nach tager käppi gesehen sehr cool ist da jetzt irgendwie in mode aber zwar wieder alle herrn doch das licht doch so manchmal so was können wir verkaufen was du da gerade steht mit der bei mir ist hier niemand mit der johanna ich hoffe euch wiederzusehen wenn ihr das jetzt aber hier ist niemand bei mir sichere reise werte freundin die war doch vorhin schon hier dann schon abgeschlossen irgendwie der die rüstung bei mir glaube ich habe schon mit der gerät wir haben die rüstung benannt zu johanna ja da hat sie sich um benannt zu johanna muss man die danach noch mal ansprechen ich habe ja noch mal angesprochen da will ich nicht also ich habe im moment keine question ich habe ja auch nichts mehr ich habe alle gefangenen gerettet boss erledigt also ich habe nichts mehr an gerade in der quest dann sind vorab werden ja so ein einsamer ritter er ist da hier gehen der arme ritter essen ja ja das ist tot oder so ich brauche zeit um das zu tun toast mit irgendwas ja mit welchen so eine spezielle artos naja autos hawaii also mit ananas da wäre ich mir darauf gekommen nicht okay zurück zum morgens tor ja um jetzt schon gleich wieder gegen hatten aber eingebrochen oder hat schon gemacht gleich wieder der gleiche spieler ich habe daneben gestochen ich habe mich nicht von den anderen spielern ja 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 ich habe ich da vorbeikommt in den sechsten aus der barrikade blut entzogen naja ja da ist die hauptquels beflecktes fleisch mit loa von mary die hauptquels hauptquels ja die hauptquels die hauptquels und auch schon wieder so eine heroische musik ich höre gar keine musik hat oder so der musik wenn man irgendwie die stecher einen guten ort ausgesucht hier gefunden werden wollen was für eine abscheuliche das haben wir auch nicht naja wie jetzt leute endlich die suche nach timur verlief bisher und könnt ihr eigentlich zum folgen und zwei leute aber geil ich weiß so was wisst ihr eigentlich ja ich glaube hier finden wir den typen ja schon mal seine hütte ding dong palim palim die vor ärger flüchten und jene direkt darauf zu wir haben ein mann namens elias mit dem sumpf geschlossen hat um unsterblich zu werden nur sie ist kalt hat sich genug um ein kind hier draußen in den tod zu schicken wir haben nicht vor zu sterben einer von euch wird das aber so endet es immer geht dorthin zurück woher ihr gekommen seid ich will nicht dass das blut eines kindes an meinen händen klebt ich habe gesehen wie lille von meiner mutter besitzecke der wahnsinn brachte sie um sie hat dinge gesehen wie sie zu einem mann machte ich meine einer frau seinen pakt geschlossen hat dann mit dem flüsterten baum es gibt viele wege dorthin aber der nächste ein heiliges räucherwerk wird in dem tempel dort aufbewahrt besorgt es muss man schwer drogen besorgen zum baum hast du baum knutscher katastrophaler stich gesagt nur waffe für dich ist noch gelb aber ich will hat nicht guckt er hat gefällt es hat nun dankbares stück das ist ein messer ich benutze keine messer